Was geht, Freunde und damit herzlich willkommen zum ersten Unboxing für das Silvester 2017, 2018. Ja, endlich ist es da, es ist von Pyroland, habt ihr wahrscheinlich schon gelesen. Und ja, es sind einige Pakete geworden, das ist mein Teil aus einer Gesamtbestellung. Wenn ihr das gesamte Video sehen wollt, das gesamte Unboxing, was ich mit 4U zusammen bestellt habe, dann schaut bei ihm auf dem Kanal vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und ja, dann würde ich sagen, beginnen wir erstmal mit meinem Part des Unboxings und dann wünsche ich euch viel Spaß dabei. Wir haben hier einmal ein 7-to-1 Karton, ist eine VE, ist aber nicht drinne. Und dann würde ich sagen, schauen wir direkt einfach mal rein. So, da haben wir schon einige geile Sachen, Freunde. Richtig schöne Sachen. So, ich fange einfach mal an mit den Neuheiten hier. Da haben wir die Detonation von Pyroland. Ich hoffe, das fokussiert jetzt, ich sehe das gerade gar nicht so. Ja, auf jeden Fall sind das für die Leute, die das noch nicht kennen, kubische Kanonschläge mit einer Crackling-Wolke. Den Effekt finde ich persönlich ziemlich geil. Das sieht man auch an der Menge, die ich dann bestelle. Wir schauen einfach mal, so, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Kommen gleich noch ein paar und dann schauen wir auch noch mal weiter. Wir haben hier ein Display Moskitos. Wir schauen einfach mal rein. 24 Stück sollten drin sein, jeweils sechs Stück. Hatten wir in der Gesamtbestellung, glaube ich, zwei V-E's von bestellt. Also, ist auf jeden Fall einiges. So, schauen wir mal. Geht jetzt gerade nicht auf. So, jetzt aber. Ist ein richtig cooler Effekt. Moskitos, ja, sind ja angeblich ab nächstem Jahr nicht mehr in der Produktion, was man so gehört hat. Dazu kann ich leider nichts sagen, weil ich selber nicht gehört habe, beziehungsweise selber nicht weiß. Und das auch nicht wiedergeben möchte, wenn es einfach nicht stimmt. Aber auf jeden Fall, coole Artikel, Freunde. Sollte aber eigentlich auch jeder kennen. So, das Ganze haben wir auch zweimal dann am Start. Und dann geht es nochmal weiter wieder mit Detonation. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und noch ein paar. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und zehn. Insgesamt also 30 Stück, Freunde. Zeigt, glaube ich, wie geil ich diesen Artikel finde. Testvideos folgen oder sind schon online. Schaut euch die auf jeden Fall an. Sind geile Artikel, Freunde. So. Dann geht es nochmal weiter. Ich schaue nochmal. Wir haben hier eine Leslie Corsak. Ja, eine recht coole Batterie. Viele finden die richtig, richtig gut. Ich finde sie ja okay. Okay, ist natürlich Geschmackssache, aber ich habe sie mir einmal mitgenommen. Waren in der Gesamtbestellung wesentlich mehr. Aber wie gesagt, das ist dann nicht mein Part davon. So, dann haben wir einmal die Graves. Ja, eine schöne Batterie von Veko. Ne, gar nicht, nicht von Veko, von Explode. Sollte meines Wissens auch eine Neuheit dieses Jahr sein. Bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Ja, 64 Schuss, Effekthöhe 25 Meter und 62 Sekunden Brenndauer. Also ist schon ein ordentliches Gerät. Und da eins natürlich auch nicht genug ist, habe ich das Ganze hier noch ein zweites Mal. Und natürlich auch noch ein drittes Mal. So, Testvideos folgen. Seid auf jeden Fall gespannt drauf. So, dann schauen wir hier mal an die Seite. Dort haben wir jetzt eine Heuler-Batterie. Das müsste die Hellraiser sein von Leslie. Ja, 300 Schuss. Coole Sache. Heuler gehen zwischendurch immer mal wieder durch. Auch wenn diese Hülsen leider irgendwie nicht so cool sind. Aber, na gut. Dabei müssen sie trotzdem sein. Zweimal mitgenommen. Und dann geht es hier auch schon dem Ende entgegen. Wir haben hier einmal das 7-to-1-Bombenrohr von Pyroland. Ein richtig fettes Kaliber hier, Freunde. Und das machen wir auch direkt mal auf. Also da will ich jetzt schon reingucken. Ja, das ist doch mal was, Freunde. Ja, 90 Millimeter Kaliber ist ein richtig fettes Gerät hier. Hier sind sieben Schussaufschlag gezündet. Sodass es oben am Himmel ein Bild ergibt. Cooles Gerät auf jeden Fall. Und allein die Verpackung, ey. Guckt euch die mal an. Richtig, richtig fett. Wenn ihr dafür ein Testvideo haben wollt, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Weil ich mir da noch ziemlich unsicher bin, ob ich ein einziges Bombenrohr hier testen soll. Schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare. So, und dann kommen wir auch zum letzten Part in diesem Karton hier, Freunde. Ja, ich verkleinere das Ganze jetzt einfach mal. So, dann haben wir eine VE Big Balls. Ist nicht mehr ganz enthalten. Ich weiß gar nicht, wie viel ich bestellt hatte. 1, 2, 3, 4, 24, 25, 26, 27. Ja, das sind Crackling-Bälle, Freunde. Ähnlich den Explosive Balls von Clasec. Jetzt haben wir aber die richtige Charge von Explode, die auch angekündigt war. Und ja, auch dort wird es ein Test geben. Seid auf jeden Fall gespannt, Freunde. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns mit dem nächsten Packung gleich weiter. So, und der nächste Karton ist am Start auch schon offen, Freunde. Ja, das ist gar nicht so spektakulär, weil es eine VE ist. Wir haben hier nämlich die 13er Reihe von VEco, die Final-Batterien. Jede dann natürlich zweimal in einer VE. Natürlich Finale Gold. Sollen eigentlich recht cool sein. Einmal Crackling. Das haben wir hier noch. Nochmal Gold, nochmal Crackling. Rubin-Finale. Auch natürlich zweimal. Und dann noch einmal Silberpalm. Also, das war es dann schon mit dem Karton hier. Aber dann würde ich sagen, kommen wir direkt zum nächsten. So, das vorletzte Packet ist ein richtig schön durchgemixter Karton. Viele Neuheiten, viele kleine Artikel. Und dann schauen wir auch hier direkt mal rein. Da fängt es an mit der Red Blink-Fontäne von Leslie. Ja, soll richtig cool sein mit einer roten Flamme. Und im Hintergrund sozusagen ein paar Blinker-Effekte. Also eigentlich sieht die recht unscheinbar aus. Auf die freue ich mich aber mit am meisten am Silvester. Ja, schauen wir mal. So, dann haben wir hier die Diamate-Bölle. Ja, fünf Stück. Mal schauen, ob sie gegen den King rankommen. So, so sieht einer aus. Und dann würde ich sagen, kommt da auch nochmal ein Testvideo zu. Ist ja auch eigentlich eine Neuheit dieses Jahr. Letztes Jahr haben nicht alle das bekommen. Also ich habe letztes Jahr schon mal eins gesehen. Ich weiß aber nicht, ob die auf dem deutschen Markt waren. Aber ja, für mich ist es auf jeden Fall, Premiere wird ein Testvideo voll und Freunde. So, weiter geht es mit den Reapern. Ist keine Neuheit dieses Jahr. Aber ich hatte sie noch nicht. Und deswegen wollte ich sie auch einfach mal testen. Schauen wir dann mal. Ja, dann haben wir hier einmal die Wondertoll von Bröckhoff. Ich weiß auch nicht, warum ich die mitbestellt habe. Gut. Habe ich jetzt getan. Ist dann so. Dann haben wir hier einmal die King 2.0. Auch eine Neuheit dieses Jahr. Wird natürlich auch für euch getestet, Freunde. Einen Monumental-Vulkan. Ja, Osterpiroland-Eigenserie. 90 Sekunden Brenndauer und bis zu 10 Meter Effekt. Da bin ich richtig gespannt drauf. Und auch den gucken wir uns jetzt einfach mal schnell an. Und das ist ein richtig fetter Oschi, Freunde. Also richtig gut verarbeitet hier. Erinnert mich ein bisschen an die Bugano-Vulkan in groß. Aber das ist auch richtig schwer, Freunde. Wir schauen mal, was der für eine NEM hier beinhaltet. 190 Gramm ist jetzt eigentlich gar nicht mal so viel. Aber ein Brutto-Gewicht von fast 600 Gramm. Das merkt man natürlich schon. Schauen wir einfach mal. Der wird auf jeden Fall getestet. Freue ich mich auch an Silvester. Ist eine Neuheit von Piroland. Wer die nicht bestellt hat, sollte sich der ranhalten, Freunde. So. Dann haben wir hier auch eine Neuheit. Die XP3. Von Jorgi wollte ich gerade sagen. Nein, von Xplode. Ja, das Design finde ich recht cool von den Böllern selber, weil die wirklich an die FP3 angelehnt sind. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera so gut sieht. Die sehen wirklich aus wie ihr großer Bruder. Die Verpackung an sich allerdings sieht eher aus wie eine kleine Klasse 1 Verpackung. Da hätte ich cooler gefunden, wenn man die auch in schwarz-weiß gehalten hätte. Ja, aber das ist natürlich Geschmackssache. Ich selber lege nicht viel Wert auf Design. Ich weiß, aber viele von euch tun das. Schauen wir aber einfach mal, wie der Knallbild. Dann sollte das Ganze dem keinen Abbruch tun. Wird auf jeden Fall auch ein Testvideo folgen, Freunde. So, dann kommen wir schon zu den letzten Artikeln hier in diesem Karton. Ja, Kanonslag XL von Bröckhoff. Ich glaube, das müssten auch neue sein. Ich weiß nicht, ob die XL letztes Jahr auch dabei waren. Ich glaube, letztes Jahr waren das nur die Kanonslag. Bin ich mir aber absolut nicht sicher. Und die sind richtig feucht, Freunde. Ja, schauen wir mal. Das ist echt richtig nass. Ich gucke einfach mal rein. War natürlich nicht teuer, aber trotzdem Nässe ist da immer ein bisschen doof. Ja. Sind auf jeden Fall einige drinne. Richtig schlecht verarbeitet. Ja, richtig weich. Kann man total gut eindrücken. Richtig dünne Wandlungen. Ja. Da erwarte ich jetzt mal nix von. Aber gut. Sind ja nicht so teuer. Und dafür, dass da einige drin sind. Ja, mal schauen. Ist auf jeden Fall ein Kandidat für Massenvernichtung. Ja, und dann kommen wir auch schon zum letzten Artikel hier. Der ist halt mehrmals enthalten. Da ist mal eine Gold-VI wahr. Hier haben wir eine Leslie Gold. Das Ganze haben wir hier, ich glaube, 20 Mal drin. Schauen wir noch mal. Oder 17 Mal. Weiß ich gar nicht mehr. Ja, egal. Jetzt seht ihr eine Gesamtübersicht. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns mit dem letzten Karton wieder. Bis gleich. Ja, und der letzte Karton. Die Double Deck Rot. Ja, ziemlich witzig irgendwie. Von Explode. Auch eine Neuheit dieses Jahr. Für mich eine, auch der Neuheiten, auf die ich mich wirklich am meisten gefreut habe. Zumindest was den Batteriebereich angeht. Denn das ist natürlich eine günstige Form der Craiger. Und dann schauen wir da einfach mal rein. Mir fällt gerade auf, wir haben noch zwei Kartons jetzt vor uns. Ja, aber das sind auch nur VJs. So, dann haben wir hier die Double Deck Red oder Double Deck Rot, wie es hier vorne drauf steht. Und das ist ein fettes Kaliber. So, vielleicht seht ihr es so besser. Noch da machen wir einfach mal eine auf. So, ziemlich schlichtes Design. Rundherum eigentlich alles schwarz, bis auf das normale Cover hier. Ich denke nicht, dass ich das jetzt eine durchlesen werde. Und ansonsten haben wir hier die Kaliber drin. Wir machen mal einfach auf hier. Ja, ist gar nicht mal so klein. Bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Wird ein Testvideo folgen. Habe ich jetzt insgesamt hier sechsmal in der VE bestellt. Und dann sehen wir uns mit den letzten beiden Artikeln jetzt wirklich die letzten beiden noch einmal wieder. So, da haben wir es schon. Hier haben wir zweimal die Craiger von Leslie. Eine der Top-Batterien im Klasse-2-Sektor. Ich zeige euch die hier noch einmal kurz. Gibt es ja jetzt nur noch in der Einer-Voy, soweit ich weiß. Ja, das hat zweimal mitgenommen. Aber, ja, ich brauche das, denke ich, jetzt nicht öffnen. Jeder sollte sie kennen. Und da muss ich mich nicht mit dem Stahlkäfig jetzt rumärgern. Außerdem hat man so jetzt noch 1.4G. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich nochmal bei der Gesamtübersicht wieder. Ja, Leute, hier seht ihr jetzt nochmal die Gesamtübersicht. Ist doch einiges geworden. Obwohl das noch lange nicht meine Hauptbestellung war bei Piroland. Ist da noch einiges dabei. Wir haben hier nochmal die ganzen Gold-Batterien hier oben aufgetümmt. Hier die Leslie Korsak. Dann haben wir hier natürlich noch den Monumental-Vulkan, den ich sehr gespannt bin. Die Grace haben wir hier 1, 2, 3 Mal. Die Double Deck Red 6 Mal, also eine gesamte VE, 2 Mal die Crazier. Einmal das 7-to-1-Bombenrohr von Piroland. Da seht ihr jetzt auch nochmal, wie groß das Bombenrohr hier wirklich ist, das 7-to-1. Eine Double Deck Red auf einer Crazier ist nicht mal so groß wie das 7-to-1-Bombenrohr. Also ein richtig fetter Oshii. Dann haben wir hier die ganzen kleinen Sachen. Hier die Red Blink von Leslie. Reaper, Cannon Slug XL. 2 Mal die Hellraiser, 1 Mal die XP3. Hier die beiden Displays, Moskitos, die ganzen Big Balls, hier 27 Stück. Und 30 Mal die Detonation von Piroland. Und natürlich hier die Veko Finale Batterien. Und dann würde ich sagen, hoffe ich euch hat das kleine Video hier gefallen, beziehungsweise das Unboxing hier. Und dann sehen wir uns die nächsten Tage bei den nächsten Unboxings zu den Hop-Bestellungen wieder. Da wird noch einiges folgen, Freunde. Bleibt auf jeden Fall dran und dann sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein, Freunde. Tschau. In der Jacke bin ich unterwegs am Park der Tag.